Herzlich Willkommen zu einer Runde Aero wieder auf dem Dust MC Server, wo ich noch nie drauf gespielt habe, deswegen sage ich auch wieder. Ihr seht jetzt mal wieder seit 500 Jahren mal wieder meine Sicht, das bin wirklich ich. Ich habe es ein bisschen mit den Einstellungen gespielt und wie ihr gerade schon gesehen habt, wir spielen mit dem Monax LP zusammen. Ich hoffe mal, die FPS-Zahl bleibt jetzt konstant. Ich habe jetzt gerade 46, 50, 51 FPS. Ich habe 100. Wir sind jetzt hier am selben Team. Ja, das ist ja egal, aber ich konnte ja davor überhaupt noch nicht aufnehmen. Was ist das? Na, du musst ganz hinten da rein, da zu dem Villager, wo drüber Blockpick steht und dann müssen wir uns da halt diesen Hinwind bauen. Achso, Blöcke. Ja. Wir müssen uns Blöcke kaufen, okay. Ja, Sandblöcke, dass wir halt da hinkommen zu unserem Block. Okay. Und den am besten schon mal schützen, ein wenig. Also soll ich schon mal was rumbauen? Ja, machen wir schon mal. Achso, das ist das Spiel. Geh mal weg. Ach, komm, das ist wieder so bei mir, dass sich das irgendwie wegbaut. Ja, was denn? Außer rum, ich sehe nur Teile irgendwie. Und da drüben sind die anderen. Ah, nee, da. Ja, und da, der Turm, der da, da ist spornet Silber. Und der in der Mitte, da spornet Gold. Ach, das sind die anderen, schau. Und die zwei anderen Tür, wir sind jetzt auch Silber. Alter, da sind die schnell. Silber und Gold, dann bauen wir uns doch mal zu einem hin. Ja, warte. Boah, das ist aber ganz schön viel. Sollen wir jetzt Blöcke bauen? Ja, ja, ganz viele Blöcke müssen wir brauchen hier. Okay, dann mache ich mal noch mal ganz viele. Boah, jetzt sieht das gerade an, gerade. Okay, dann. Ja, das ist immer so. Und dann halt am besten erst mal zum Silber bauen. Welcher ist das, rechts oder links? Äh, alle, beide. Achso. Sind Silber. Das ist gut. Hab's gut. Deutsch gut. Deutsch gut. Deutsch gut. Okay, dann versuch ich das jetzt mal. Wenn du so umtauscht, dann macht du mal. Ja, vor allem wie viel das der bei mir gemacht hat. Bei mir so ganz viel. Ja, wenn du ganz viel machst. Ich hab mal in der letzten Folge, hab ich mal, keine Ahnung wie viel, ich glaub, fast einen halben Stack ungefähr von dem Sandstein wie gemacht. Ich hab grad drei Stacks gemacht. Ja, ich auch. Achso, da, ja. Ich hab auch mit drei Stacks gemacht, dann war es saulaut. Ja, das war richtig witzig. Ich hoffe mal, das werden wir in der Aufnahme, aber eigentlich schon. Ah, ja. So, ich bin dort und hab Eisen. Ja, dann geh zurück, ich mach grad zur Mitte. Soll ich wieder zurückkommen? Ja, ja. Und dann kannst du ja was bauen, du kannst dir ein Schwert bauen. Bauen wir auch gleich eins. Okay, ich baue hier mal... Wie viele hast du? Zehn. Das ist gut. Ähm, und die anderen greifen die uns dann an, oder? Ah, verdammt, ich bin tot. Wie ist das? Greifen die uns an? Ja, ja. Achso. Ich bin dort. Oh, du spawnst wieder vor mir, okay. Ja, ja. Und wir müssen diesen Block da in der Mitte am besten jetzt gleich schon mal verbauen. Das, ähm... Den Block da in der Mitte... Ach, zubauen. Ja, ich mach jetzt am besten da diesen Endstein. Ich baue mir Kisten. Nee, kann man nicht... Kann man Endstein wegbauen? Oh, fuck. Kann man Endstein sauschwer wegbauen, kann das sein? Ja. Kann man gar nicht wegbauen. Echt? Nee, ich glaub nicht. Endstein. Endstein nicht, nee. Kann man nicht wegbauen. Was kann ich mir sonst noch aus diesem komischen Holz kaufen? Ach nee, Endstein, der Endstein. Nee, den kann man doch schon wegbauen. Aber das Haus wäre, schätze ich mal. Spitzhacken bauen wir die? Ich baue mir mal eine Spitzhacke. Was meint man da auf uns? Weiß ich's nicht. Wir könnten uns auch mal einen Bogen bauen. Ich gehe mal nochmal Eisen farben. In die... Ähm... Ding brauchst du Gold. Was? Am besten wir bauen uns... Oben rum. Wenn man runterfliegt, spawnt man neu und hat man dann die Items noch, oder wie ist das? Nee. Ach so. Das ist ja das, was sich das letzte Mal so aufgeregt hat. Weil ich bin runtergefallen und ich hatte halt echt... Dann machen wir uns doch mal eine Kiste. Und das nur weil so ein Scheißteil nicht funktioniert hat. Machen wir uns eine Kiste. So eine Kiste machen, dann brauchen wir Silber. Ein Silber brauchen wir für eine Kiste. Ja, dann mache ich dich mal kurz ein. Ich brauche hier, wenn ich eine Füße... Eine Festung. Okay, dann habe ich jetzt eine Kiste gemacht. Die stelle ich uns hier hin. Hey lol. Ich kann... Ach so Scheiße bin ich doch nicht. Ich stelle die dahinter, siehst du. Upsch, ja. Wer hat das mal gesagt? Du? Wieso wann? In einem... In den Kommentaren hast du mir doch, glaube ich, mal geschrieben. An der Seite. Ach so, ja, keine Kraftausdrücke verwenden. Monax LP. Wir werden angegriffen. Ahaha. Echt? Von jemandem? Schlackt ihn zu Tode. Ich bin hier. Ich habe ein Schwert. Ah! Scheiße, unser Spawnblock wurde zerstört. Das heißt, wir haben Folter gehackt. Hat er den schon zerstört? Ja. Im Ernst? Was ist... Ja. Das heißt, du kannst nicht mehr respawnen. Das heißt, wir müssen überleben. Ne, ich bin schon hier. Ich auch. Ruhe auf. Also, die Runde ist jetzt schon zu Ende. Die Runde... Alter, war mir schlecht. Ja, okay. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel jetzt das zweite Mal gespielt. Beim ersten Mal habe ich es noch überhaupt nicht kapiert. Ich war beim ersten Mal, der letzte, der gelebt hat und war eigentlich die letzte, zweite Gruppe. Okay, aber die anderen waren echt gut. Die haben sich schnell die Sachen gebaut, einer. Und dann ist er schnell zu uns hingelaufen. Und das ging eigentlich ganz schnell, ne? Also, die waren echt... Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt schneller Sachen bauen. Genau, wir müssen schneller die Sachen machen. Und dann... Naja, wir müssten halt einfach da keinen Weg lassen, dass die einfach herlaufen können. Nur... Also, irgendwie ein bisschen anders planen. Und das letzte Mal, da war eine Lücke und ich wollte die Lücke schließen. Und ich habe draufgeklickt und der Block kam nicht. Der Block, äh? Ja, da war... Ich hatte Sandsteine in der Hand, aber trotzdem konnte ich nicht irgendwie das nehmen. Ja, sehr komisch. Ich sehe dich übrigens. Ja, ich weiß, du auch. Ich dich auch. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde, würde ich sagen. Nehmen wir noch eine Runde hinten dran, weil wir nehmen gerade einmal sechs Minuten auf. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Jetzt sind wir wieder nach dem kurzen Cut, sind jetzt Team Blau und es geht schon sofort los. Ging aber schnell. Es ging jetzt richtig schnell, krass. Ähm... Krass. Und wir sind wieder mehr als vorhin. Ach stimmt, wir waren ja vorhin los drei. Warum denn? Ja, weil da so wenig los war. Ach so. Äh, bedenkt, wie spät wir es schon haben. Ja, okay, stimmt. Wir haben gerade elf. Aber egal. Ich hoffe, es passt jetzt wieder von den FPS. Ich tue nämlich gerade das andere schon wieder rüberexportieren. Und ich denke mal, das liegt daran, dass ich jetzt auch die SSD aufnehme. Ähm, deswegen... Gibt... Immer links gehen bleib. Machst du gleich was zu der Mitte? Ja, mach ich gleich. Warte. Ich muss aber auch zuerst nur ein bisschen Blöckchen machen. Aber ich habe jetzt schon 48. Ach so, da fängt schon einer anzubauen. Das mache ich. Warte, das ist mich. Das ist mich. Der versteht es nicht. Was, ich? Dann, nein. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, was baue ich mir noch. Ich baue mir mal noch eine Rüstung. Nee, ich nicht. Warum? Weil die bringt es nicht, wenn du das so schnell verlierst. Oh man, das baut sich jetzt gerade wieder besser ab. Also gehen wir gleich zu Silber. Hier gibt es ja keinen Hanisch. Nee, da brauchst du Silber dafür. Jetzt baut sich das ganze Scheiß wieder ab. Okay, dann würde ich sagen, ach der baut sich so quer. Ja, zu einem Silberturm reicht, oder? Nein, zu beiden, oder? Ich mache mir nicht. Ist mega. Nee, ich glaube zu einem reicht doch. Ja, okay. Aber... Ja, ich baue zum anderen, glaube ich. Das ist, glaube ich, besser. Wir brauchen viel Silber, damit wir uns für die ganze Mannschaft von besten Sachen... Und wir müssen uns jetzt dann diese teureren Steine da kaufen. Am besten. Ist der runtergefallen? Ah, nee, ist drückt. Boah, da ist gerade jemand anders runtergefallen. End... Quartier nachher. Endglas aus dem Team Rot ist gestorben. Achso, der heißt bloß so. Ich dachte, Ende ist Team Rot oder so. Boah, ist das weit weg durch den Scheiß-Turm. Was, wir sind aber Team Blau. Ja, ich weiß schon. Ich meine ja bloß, dass das andere Team tot ist. Boah, wie oft stirbt denn der? Scheiße, die anderen sind schon da auf dem Silber-Turm. Und ich habe keine Steine mehr. Ich habe noch welche, so viele gehört. Jetzt hat man es gerade wieder gehört. Wir brauchen auch einen Bogen, dass wir andere runterkicken können. Ja, machst du mal, weil ich glaube, da braucht man Gold. Ich habe aber überhaupt nichts. Du musst in der Mitte hoch. Ach, in der Mitte hoch. Ja, aber da sind welche. Man stront da, aber da sparen sie nicht. Team Rot sind ich wir, oder? Boah, ich habe ihn runtergeschubst. Nee. Der Herr Wolscher wird da unseren Block abbauen. Richtig krass. Ey, das geht immer sau schnell irgendwie. Der kommt einfach her. Oh. Ja, wo kann man sich den Spitzhacken bauen? Hier drüben, oder? Ja, der andere hat schon eine Spitzhacken. Dann soll der doch mal rüberlaufen. Versuch, den Ding jetzt ein wenig besser zu schützen. Hast du Eisen? Nee. Ich brauche Eisen. Außerdem ist das Silber. Silber meinst du mal so. Ja. Da schießt noch einer auf uns. Dann muss ich mir mal was holen. Weil die anderen geben ja nichts ab. Ich habe ja vorhin eine Fiste gebaut. Das war eigentlich ganz cool. Oh, da liegt eins. Na wunderbar. Komm, spawn mehr. Was? Ich sneak hier mal. Silber. Ja, Silber meine ich nicht. Ah, ich sag mal Eisen. Sorry. Spawn mehr, Spawn mehr. Ja. Ja, eigentlich. Aber es ist eigentlich ganz cool aufgebaut, das Spiel. Hm? So eine Art Survival-Game irgendwie. Also Hunger-Game finde ich ein wenig hat's. Ja, schon. Man muss halt auf seinen Block aufpassen da rein. Ist schon ganz cool gemacht, ja. Die Fenster-Koop. Ich habe jetzt drei. Mal schauen, für wie viel das reicht. Ich komme wieder rübergerannt. Aber es ist eigentlich besser, wie der das gemacht hat. So quer rüberbauen. Wobei man dafür, glaube ich, mehr Blöcke braucht. Und die haben jetzt das schon umgebaut. Das ist eigentlich auch cool. Okay, was? Ich habe jetzt auch schon was umgebaut. Was wollte ich jetzt? Was macht ein Bogen? Wie macht man sich Gold? Wie macht man sich Gold? Ach, in der Mitte. Gold kannst du nur durch diesen Turm da in der Mitte. Okay, die ist eine Spitzhacke. Dann gehe ich mal zur anderen, oder? Aua, ich wurde getroffen. Durch, geh mal zur anderen. Ja, ich mache gerade außenrum nochmal eine zweite Wand. Oh, ich bin ver... Oh, ich bin fast runtergefallen. Aber ich habe nicht mehr viel Leben. Ich kille hier einen. Verspannt irgendwie. Kommt man hier hoch, über diese Scheiß-Trabelde? Ich bin tot. Shit. Nein, ich bin gestorben. Ähm. Brauche ich mal noch ein paar mehr Blöcke. Schade, echt, schade. 1, 2, 3, 4. Ich habe mir in der letzten Folge den Rückweg zugebaut. Dann konnte ich ja nicht Gold und dann konnte ich nicht zurück. Ah, nicht schlecht. Aber wir brauchen unbedingt was anderes irgendwie. Alter, der baut hier hier schon viel. Ich baue das alles. Okay. Ja, wir bauen das nochmal eins weiter rein. Also eins hier. Ich habe jetzt... Das sind zwei Wendel rum. Ja, dann bauen wir das alte hier noch vorne eine hin. Machst du mal? Ach, ich habe keine mehr. Ich mache mal kurz neue Steine. Boah, aber das ist gerade viel. Das ist ein bisschen blau, oder? Ja. Das muss hier weg. Kommst du nie mit dem mal hoch? Ich habe es gerade schon probiert. Ich bin gestorben. Ich probiere es mal. Ja, brauchst du aber auf jeden Fall ein Schwert, ne? Nö. Ich habe ja fast nichts. Ich habe ja fast nichts. Aber nicht schlecht. So kann man natürlich auch ans Spiel gehen. Das ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, die haben sich zugebaut. Echt? Ja. Aber das habe ich letztes Mal auch den Fehler gemacht. Und habe dann Pech gehabt, weil ich nicht zurück konnte. Weg. Okay, unser Block dürfte jetzt eigentlich ordentlich geschützt sein. Ich hoffe es doch. Wir müssten aber uns... Hast du eine Spitzhacke? Ja, eine Spitzhacke. Ja, habe ich. Sonst kommst du da nicht hoch. Wollen wir jetzt mal nicht lieber diesen teureren Block da nehmen? Ich weiß nicht, was der Unterschied macht. Sind wir Team Blau? Ja. Wo bist du? Sind wir Team Blau, ja, ne? Ja? Ich muss immer überlegen, welches Team das sind, das die... Fick mich doch. Ach, weil mich einer bestimmt keine Kraft ausdrücke. Eine Wolke übrigens schnaden. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Und der will mich ficken. Brauchst du hier gerade um? Ich gehe mal kurz zu Silber. Ja, tu mal wieder ein bisschen was holen. Wir müssen jetzt die anderen eigentlich auch mal angehalten. Werden wir abgeschossen oder schießt von uns jemand? Ich weiß es nicht. Ja, schießt von uns jemand. Da wird schon vier. Was vier? Eisen. Es ist Silber. Viel ist es nicht. Oh, das ist ja noch ein Weg nach außen. Okay, gut. Okay, unser Block dürfte jetzt geschützt sein. Ich hole mir mal noch ein Schwert oder sowas. Was kostet ein Schwert? Das kostet Eisen. Hast du Eisen? Kannst du mir eins geben? Ja. Warte, ich mache kurz was kostet. Nein, das teuerste Schwert. Sieben. Könnt wir halt... Ich komme gar nicht. Warte, ich gebe dir mal eins. Einfach ein Schwert. Dann kann ich die anderen angreifen. Da. Aber ich habe jetzt ein besseres Schwert. Weiß mir, ja. Weißt du. Aber ich habe schon mal eine Stufe 2 Schwert. Können wir uns mal eine Kiste machen, du? Ich habe keinen... Ach, ich habe aber kein Silber mehr. Ach, scheiße. Kannst du mal noch... Oder soll ich eins Neues holen? Eins Neues. Ja, hol du mal was. Ich mache hier gerade die... Das ist eigentlich besser, wenn wir hier skypen. Wir müssen eigentlich mit den ganzen anderen auch noch skypen, weil das wird viel einfacher gehen. Aber, naja. Ja, wir müssten mal mit mehreren machen, glaube ich. Ist auch ganz cool. Okay. Wir werden hier abgeschossen. Das ist nicht schön. Team Blau sind wir. Okay. Ich bin aber gleich tot. Ist voll blöd. Team Blau sind wir. Oh Gott. Ich denke mir schon die ganze Zeit was anderes. Ich habe jetzt 5 Eisen. Äh, 5 Silber. Dö. Aber der ist nicht mehr da. Das ist irgendwie schwierig hier. Ist okay. Ich baue uns eine Kiste. Dann lege ich hier die ganzen Sachen rein. Was ich habe. Und dann greife ich mal kurz an in der Mitte. Ich muss aber immer noch Essen machen. Essen. Es ist leider skype weg. Das ist natürlich blöd. Ähm. Ja, sorry für die skype Unterbrechung. Jetzt geht wahrscheinlich am Jonas. Und da ist ja auch gerade jemand reingekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber der ist anscheinend irgendwie kurz weg. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rüber angreifen. Muss man noch kurz regenerieren, bis ich fertig bin. Und dann gehe ich mal drüben einfach die anderen runterschubsen. Eigentlich probiere ich jetzt mal. Jonas, wird er da? Muss jetzt dann aufhören. Muss er ein wenig leiser sein. Ach, leiser sein. Okay. Ja, ich greife jetzt einfach die anderen drüben mal an. Ich habe zwar keine Spitzhacke dabei, aber YOLO. Die haben hier einen Block über... Jetzt bräuchte ich eine Spitzhacke, Dö. Ich bräuchte unbedingt eine Spitzhacke. Weil die haben hier einen Block nur einmal eingebaut. Dö, scheiße. Was mache ich jetzt? Ich komme hier nicht mal heim. Ich habe mich selber auch eingebaut. Nein. Dö. Komm hier schnell her, wo ich bin. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich bin nicht drauf. Ja, warum? Weil ich da runtergefallen, runtergeschmissen wurde. Hä, wir haben doch noch... Bist du nicht neu gespawnt? Ich bin doch vor unserem Team, du blinder Fisch. Der schießt mich einfach ab, obwohl ich Team Blau bin. Da seid ihr. Ich kann halt nur noch bis backtaten jetzt. Echt? Wurde unser Block wohl abgebaut? Nee, weil die Kunde da vom Server geworfen wurde. Ach so. Ach scheiße. Aber ich kann... Ich glaube, ich baue jetzt den Block da drüben gleich ab. Das ist ganz spannend jetzt. Aber bei denen ist, glaube ich, keiner. Bei denen ist keiner. Und die haben das einen Block außenrum. Ich kann das nicht gerade schaffen. Nee, der ist schon weg. Was? Ach so. Du bist abgeschossen. Ja, merkst du? Ach, du spektiertest mich. Hm? Ach nicht. Die waren aber schlechter. Ich bin einfach frei. Da wurde ich denn abgeschossen? Von wo? Von vorne. Also vor mir. Aber die sind schlecht. Doch, da ist einer. Die verteidigen recht schlecht. Wow, 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 scheiße. Ich habe 13 Eisen dabei gehabt. Du bist doof. Aber das habe ich nur auf dem Weg dort eingesammelt. Es lebt jetzt unser Block noch. Ja? Das ist die Frage. Ja, das ist gut. Dann verteidige ich... Warte, ich weiß schon. Dann verteidige ich jetzt einfach nur noch. Lebt vor uns noch jemand? Wo sind denn die alle? Ja, ja, die sporen ja alle neu. Aber wir haben uns echt gut eingebaut. Ja, das dürfte jetzt eigentlich ganz gut sein. Scheiße, ich habe auch noch beide Spitzhacken mitgenommen. Ich bin schon dumm, oder? Ja. Weil Spitzhacken, wie macht man die sich neu? Mit Eisen, glaube ich. Nee, ich glaube, die gehen sogar hoch. Aber ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann nicht mal einen Villager rein. Ja, okay. Ja, die sind nicht teuer. Aber dann baue ich unsere Insel jetzt noch größer. Das hilft auf jeden Fall. Warte, bei den Grünen sitzt. Das ist jetzt nur einer. Soll ich rübergehen? Nee, jetzt sind da zwei. Ich weiß nicht. Hast du eine Spitzhacken dabei? Spitzhacken, Schwert. Ich bin sogar zwei. Truhen dahinter. Ich bin, glaube ich, gerade runter. Ich muss das hin. Soll ich echt hin? Warte mal. Die Grünen sind noch zu dritt gerade. Warte noch. Ich sag's dir noch ein wenig. Du sagst, ist mir noch okay. Warte, das sind gerade drei. Ich baue einfach unser Ding hier noch weiter zu. Das kann nämlich immer helfen. Ah nee, jetzt ist der schon wieder weg. Das ist ja schlimm. Ja, der Jonas ist auch gerade nicht daheim. Deswegen wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit weg sein. Bei dem. Ich greife jetzt auf jeden Fall einfach an. Das ist mir jetzt egal. Und jetzt ist der Schreibeanruf komplett weg. Jetzt wird aber nicht wahrscheinlich gleich ein Ruf. Nein, ich bin runtergelaufen. Nein, scheiße. Das war blöd. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm von mir. Ich glaube, die Grünen werden gleich gekillt. Ich war schon gerade bei denen. Bei wem? Bei dem Grün. Aber der hat mich einfach runtergekickt. Wir haben jetzt auch kein Schwert mehr, oder? Die gehen nur mit Eisen. Scheiße. Muss ich Eisen holen. Wo sind denn die ganzen anderen aus unserem Team? Ich finde überhaupt keinen Dö. Bist du noch da? Oh nee. Weißt du, wie nervig das ist? Tierisch. Nervig. Jetzt ist der schon wieder weg. Ich muss veraufpassen, dass ich hier nicht reinspringe. Okay, da waren auch gerade welche. Weil sonst werden da nicht so wenig Eisen. Aufpassen, dass ich nicht runterfall. Hier. Boah. Das bin schon wieder Pfeile geschossen. In den Pissern. Okay, dann lege ich jetzt mal hier. Eins, zwei, drei, vier. Was ich zwei habe. Und dann baue ich mir jetzt mal noch ein Schwert. So, wieder angenommen. Ähm, Schwert habe ich jetzt. Gut. Grün. Grün. Scheiße, grün ist bei uns. Bist du? Pistig. 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 Nein. 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 Einer von Grün war auf dem Weg zu uns. Der ist nicht nur auf dem Weg, der ist bei uns. Der hat jetzt gerade den Block abgebaut. Der hat den Block bei uns abgebaut. Oder? Hä? Hä? Nee. Hat er nicht abgebaut. Hat er nicht abgebaut. Du hast doch komplett zugemacht. Also, ich sehe hier nichts, wo. Hä? Der hat sich vorne reingebaut und ich habe ihn killen wollen, bin aber durch das Loch gefallen. Aber jetzt ist er irgendwie nicht mehr da. Schnell zubauen. Doch, der Block ist weg. Shit. Ach, der ist jetzt noch da, ja. Doch, der ist da, der ist da, der ist da. Hä? Da ist einer, der ist einer, der baut den ab. Schneller. Ja, wie soll ich denn hin? Da vorne, von vorne. Ach, der hat sich zugebaut. Scheiße. Der ist schlau. Hat er den schon kaputt gemacht? Ja. Shit. Was soll ich da machen? Mich einbauen. Du, wenn du stirbst, dann bist du hier. Dann bleibe ich jetzt einfach hier eingebaut. Wie viel leben denn noch? Okay. Level 3. Hä? Bin ich der einzige Überlebende von unserem Team? Warte. Krass, die Grünen sind voll am Gewinn. Ja. Okay. Naja, dann kann ich mich auch sterben lassen. Jetzt ist er da. Ja, dann ist auch bei uns jetzt die Folge so endet. Ja, warte, ich kann ihn noch runterschubsen. Der hat auch keine Sachen an. Äh, dabei. Der Depp. Schubs dich runter, 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 schubs dich runter. Wah. Piss dich, piss dich, piss dich, piss dich, piss dich, piss dich. Ja, der fällt runter, der ist so doof. Aua, ich wurde getroffen. Jetzt sterbe ich auch noch gleich. Nein. Das hat mich im Fall getroffen. Wie das Eischigkeit schafft, von da hinten nicht zu treffen. Das geht. Ja, vor allem, weil ich gerade am Rumlauf bin. Das wird wahrscheinlich woanders wieder ein Pfeil hergeschossen. Oh, da hinten seh ich mich schon. Da hätte er voll einen hinten in den Kopf gegeben. Voll witzig, echt? Ja. Steckt denn der Pfeil? Voll hinten ein. Nein, das war anders. So, zeig mal. Also, bei mir sieht es jedenfalls so aus. Nein, er ist weg. Oh, er kommt schon wieder gerannt. Oh, er hat ein Schwert dabei. Oh, oh, der Pro. Das war es jetzt dann, Buben? Das war es jetzt. Ich muss mal kurz schauen. 18 Minuten. Okay, ordentlich lang. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Schaut nach hoch. Schaut mal beim Jonas vorbei. Link ist in der Videobeschreibung zu ihm. Ich hoffe mal, es hat euch jetzt gefallen. Ich hoffe mal, es passt so von der... Da stehst du übrigens. Von der FPS-Zahlen und so. Ich habe jetzt, wie ihr gesagt, noch ein bisschen rumgespielt. Ich kann jetzt bei mir aufnehmen, wenn ich den ganzen Tag nichts anders mache. Außer... Also nichts render. Hä? Ach so, jetzt habe ich schon gedacht, das bist du. Und ihr schaut, ob unser Blog weg ist. Ja, ist er. Und ja, genau. Schaut bei mir Jonas vorbei. Wenn es euch gefallen hat. Das war es dann, oder? Andere Links gibt es in der Videobeschreibung. Server ist dustmc.de. Und dann... Oh, jetzt bist du wieder weg. Ist auch unten drin. Und dann schau, bis zum nächsten Video. Und dann schau, genau. Macht gut und tschüss. Zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.